Oh, Sta... Ne, nicht Sta... Äh, das ist die Repetiersprit... äh, Spitze. Ja, ich weiß. Äh, ne, ne. Ne, das ist nicht das. Äh, oben will ich den Munitionssammler. Und rechts will ich das mit dem Sta... Äh, ich frag mich, was man noch beim Ripcore reinmachen kann. Sta... Sta... Beschichtung find ich das Beste, echt, ey. Nachladen, Schaden, ist ja voll geil. Ich will unten auf jeden Fall Feuerrate und Schaden... Schaden, Schaden, Schaden... Okay. Ah, hier mach ich dir... Ich muss das Telemetrie-Kack-Zeug wegmachen. Was ist Telemetrie-Kackzeug? KRAKZEUG! KRAKZEUG! Ripcore, ne, Pneuroprenner, Militärkern. Ich will Militärantrieb, hier. Militärantrieb mit... Äh, Feuerrate, zwei, Klipp und eins, Feuerrate. Äh, der Schienenbeschleuniger, oder wer... Welcher war das? Karabiner. Reichweite, Präzision hoch, nein. Der Karabiner schießt ja nur halbautomatisch. Ja, der ist halbautomatisch. Kompressor, welcher war schon wieder produziert? Ein Sturmgewehr mit Streufeuer. Ein gerichtetes Schwebefeld. Ah, das war die Maschinenpistole mit Salvenfeuer. Nee. Schienenbeschleuniger. Ist das mit der Huren... Präzision, ich nehme das gerichtete... Ah, ja. Gerichtetes Schwebefeld. Ich nehme das. Ich glaube, das ist das mit 30 Schuss oder so. Kann das sein? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Mit dreifach Schuss. Schaden plus Feuerrate. Okay, nicht zufrieden. Ich will nicht dreifach Schuss. Ich will... Feuerrate und... Ah, die Kompressorspitze. Und wieder nicht herstellen. Die Kompressorspitze. Plus zwei Klippen und eine Feuerrate. Hm. Hm. Mach ich noch zwei Feuerrate. So. Ich habe die Kompressorspitze. Ich glaube, das war die, die... Ich bin jetzt recht happy. Geil. Mal schauen. Mit 25 Schuss. Ja, könnte besser sein. Was ist die Kompressorspitze? Er ist auf dem Militären Trieb. Ist ein schönes Gewehr. Ein Maschinengewehr. Äh... Uh. Aber die hat voll wenig Munition. Die Kompressorspitze? Ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, jetzt auch die Kompressor. Ich habe es nur 20 Schuss. Welchen Kern? Militär. Okay, aber nee. Nee, ich habe die Schienenbeschleuniger. Ja, die finde ich nicht so toll. Die ist einfach hochpräzise, aber... Ich muss zwei andere nehmen. Gibt es voll... Haben wir jetzt Feuerrate und Clip, ne? Ja. Ja, plus zwei Klippen und eins Feuerrate. Oh ja, das ist super. Das wäre jetzt vortrefflich. Also. Zwei Klippen und eins Feuerrate. Ja. Klippen zufügen. Zwei Klippen und ein Feuerrate. Perfekt. Wow. Klipp ist voll. Nice. Klipp ist voll und jetzt bin ich mal gespannt, wie die ist. Ich bin... Hast du jetzt... Ja, 30 Schuss ist gut. Mal gucken, ob ich auch nur 30 habe. 38. Ich habe mir jetzt die gleiche... Die werden mir aber nicht die gleiche Spitze. Kompressor. Ja, ich habe die Schienen beschleunigt. Ah, okay. Sind wir hier doch nicht mehr nicht gewesen? Eben, es sieht alles gleich aus. Ich habe gedacht, wir werden jetzt am Schluss von dem Ding... Strange. Ah, nee, eben. Wie war das mit der Orientierung nochmal? Ein Textlog, willst du vorlesen? Ja, ja. Ja, komm, ich mache. Angegeneral Spencer von... Goa. Was heißt Goa? Das steht da. Goa. Ambrose Satan. Szenario 5. Nach den Einheiten ihrer Berechnung... Boah, geht das lange. Das könnt ihr selbst lesen, finde ich. Ja, ja. Ja, das ist ein bisschen sehr lange. Und... Wir kommen bei den Verstandenkennagen an ein Hörbuch. Genau, dann könnten wir auch gerade ein Hörbuch machen. Hat irgendjemand schon mal gesagt. Wer wohl? Unser lieber Kumpel. Björn. Ja. El Björn. El Björn. Ah, guck mal, hier ist so ein... Hier kommt sicher ein Ding wieder runter. Ja, ja. Eben. Sag das doch. Aber hier... Was alles gleich aussieht. Und wir wieder die gleiche Situation haben, wie etwa dreimal schon in diesem Spiel. Und es kommen Gegner. Yay. Mal schauen, wie ich mit dem Ding flach. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ich bin auch wieder zufrieden. Oh, ich höre einen Exploder. Dahin. Ja, ja. Schieß, schieß, schieß. Ich glaube, ich kann... Ich habe ihn erwischt. Gut. Ich kann noch meinen Exploder. Hm. Ne, 30 Schuss sind mir zu wenig, eindeutig. Kompressor-Spitze. Ja, 38 sind auch zu wenig. Nee. Bei einer Automatik war schon müssen sie über 50 sein. Nee, glaub mir, die lädt wenigst, äh, die lädt schneller nach, äh, lädt schneller nach. Kann ich nicht auf Deutsch? Oh, fuck, von hinten. Oh, yeah. Alter, ich habe dir doch auf die Beine geschossen. Ja, ja, auf den Kopf. Oh, Exploder, Exploder, Exploder. Ah! Und alle sind mir vorbei. Ey, ey, Hilfe. Uh. Scheiße. Ich hab's. Ja, ich hab's letztes gesehen. Ich hab den... Wegen dem Exploder wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, bei dir geht die Szene nur 1000 Minuten weiter. Ja, ja. Ja, gut, bei dir war's ja auch einmal so. Alter Schwede. Finde oder baue Upgrade-Plattin, um deinen Abstand. Um... Ich hoffe, wir müssen die Waffen nicht machen. Nein, ich... Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, das ist noch nicht perfekt. Das ist noch nicht perfekt ausgefeilt. Äh, das Textlog musst du ja nicht noch mal lesen, ne? Oder wollt ihr noch mal? Wo sollen wir es vorlesen? Nein. Okay. Ich muss schnell schauen. Wollen wir schnell schauen, ob's hier irgendwo wirklich einen schlauen Ort zum Hinstellen gibt? Nö. Noch nicht. Nein. Nein. Ich glaube, wir waren optimal genug. Diese... Diese Ecke hier... Ja, hinter uns halt einfach. Diese Ecke hier war's eigentlich. Aber da kommen sie von oben. Ja, dann am besten hier ein Exploder kommt und es... Ich drücke. Ja. Ja. Oder wir stellen uns einfach... Ja. Unter dem Lift. Ah. Wo? Wo? Jetzt wäre doch cool, wenn ich die Seite auswählen könnte, wo ich... Oh, die Kamera wäre, links oder rechts. Ja, das ist in Metal Gear einfach wirklich geil. Es gibt aber wirklich wenige Spieler, wo man das machen kann. Ja, das ist... Exploder, fuck! Na, Exploder! Ah! Uh, komm da weg, lauf da weg! Haha! Wer hat sich denn das angehört, bitte? Hä? Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr? Ähm... Da kommt gleich die zweite Welle. Hää! Alter, verreckt doch! Bacon!? Bacon-Strips! Hinter dir, hinter dir so ein... Hinter dir auch! Hinter dir! Hinter dir! Heilen, heilen! Aaah! Nein, 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 nein! deswegen du darfst nicht nehmen du hast du auf den exploder geschossen ist einfach neben mir explodiert schöner und ich nicht moment schöner moment für eine automatikwaffe müssen schon so 38 sind okay ich sag nein 90 das problem ist an der an der telemetrie bolzen dass du eine Ewigkeit hast zum nachladen das ist bei dir nicht so wir sind noch den Knopf drücken das wäre noch vom Vorteil ich drücke Lennon da Lennon da ich hasse ich kann doch was Der Exploder! Der Exploder! Ja, ich seh'n! Ah! Alter Schwede! Ah nein! Der Exploder kommt! Nein, haltu! Hey, what the fuck! Hat er dich? Fast! Meine Fresse! Lebt er noch? Was war das jetzt bitte? Es kommt die zweite Welle, lass' jetzt hier rüber gehen! Oh fuck! Fuck! Ah, jetzt kommen sie so weirde Viecher! Diese ganz schnellen sind so weird! Hallo, der lebt doch! Ja, ich hab' dreimal drauf geschossen mit der Schrotflinte im Fall! Dein Arsch brennt! Hinter dir! Uh, das lüft! Alter, Alter! Alter, Alter! Was reift mich an? Ah, diese... Alter! Alter! Bitte! Äh... Reg dich mal ab! What? Oh, ich hör'n Exploder! Ich hör'n Exploder! Nein! Ich hör'n noch einen! Ich hör'n noch einen! Wo ist er? Da! Alter, wie viele von diesen Dreckslingern lassen die... ... 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 Nicht auf den schießen. Alter, die halten aber jetzt viel mehr. Die sind viel zu schnell. Alter, mich hat's erwischt, mich hat's erwischt. Ich komme. Alter, scheiße. Ich hab keine Medikits mehr. Du mich wiederbeleben. Ja, ich wollte. Heil dich. Ah, fuck you. Ich hab keine. Scheiß Ficken. Diese fassen Viecher. Unglaublich, Alter. Oh, von hinten. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Let's go. Alter, der lebt noch weiter. Das gibt's doch nicht. Mich hat's erwischt. Ich hab keine Medikits mehr. Jetzt hab ich grad zwei eingesammelt. Alter, ich hör noch Dinger. Ich hör noch mehr Dinger. Alter, mich hat's wieder erwischt. Ja, ich... Fuck. You. Der da lebt auch noch. Ja, drück auf den Knopf. Ja, ich mach ihn ja. Ich muss ihn doch erst mal töten. Es ist jetzt unten, es ist unten. Ah, Gott sei Dank. Wehe, es liegt nur Scheiß drin. Und wir haben wahrscheinlich jetzt auch wieder eine Ewigkeit, um das Ding zu öffnen. Dün, 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 dün. Ups, konische Streuung. Naja. Was haben wir hier noch? Präzisionsspitze haben wir. Naja. Schon ein besseres gesehen. Aber irgendwie Präzisionsspitze, konische Streuung. Das ist Schrollflint, oder? Dann können wir jetzt irgendwo raus. Und Munitionssammler. Sehr spannend. Das war echt toll. Schön. Kompressor. Ah. Kompressor. Ah, hier haben wir eine Werkbank. Ich muss schnell eine andere Spitze drauf passen, dann kommen wir weiter. Wie immer. Like ever und die Bots einsammeln natürlich. Ah. Alle drei sind schon da? Ja. Es geht jetzt sowas von schnell. Wie altmetall ist im Moment so... Oh, zwei Feuerrate. Da ist Mangelware zwischendurch. Neue Platine, zwei Feuerrate, what the fuck. Kompressor. Du hast einen Kompressor drauf, ne? Ja. Ja. Mit diesen... Ich hab Kompressor mit diesen Platinen halt, die zwei Feuerrate... So. Zwei... Je zwei Clips und dann zwei Feuerrate. Ich nehm den Repetierer, glaub ich. Autsch. Ist der... Ah, Repetier gibt's ja auch noch. Ja, Repetier gibt's auch noch. Äh, wo ist der? Ist der aber nicht halbautomatisch? Äh... Ja... Jein. Der hat doch dreifach Schuss. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub der hat nur dreifach Schuss. Ich vers... Äh... Nein, nicht verkauf. Ich versuch das mal wieder, auch mit dem Repetierer. Das nimmt mich nämlich Wunder. Hm. 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 Das ist interessant. Das ist wirklich sehr interessant. Und... So. Ah ne, das ist ganz okay. Das ist geil. Ich hab ausnahmsweise... Alter, das ist geil. Was? Hier oben. Oh yeah. Das ist Repetierer. Ja, aber nur 38 Schuss. Hehehehe. Wir müssen leben. Weg hier. Was für eine neue Sache. Ja. So, und ich würde mal sagen, während wir hier im Lift sind, machen wir mal eine kleine Aufnahme-Base. Pause. Ist auch schon zwei Stunden, dass wir aufnehmen. Wir sind das ja nicht so gewöhnt, ja alles am Stück aufzunehmen. Ein neues Territorium für uns. Jo. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Und tschüss. 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 Tschüss.